Wie war es mit dem ersten Rennen im Pro? Ja, nach dem ersten Rennen im Pro, ich bin sehr zufrieden, weil die Startposition bei mir nach Qualify nicht so gut war. Ich habe gestartet von Position 24 und zum Finish gekommen im Challenge 2. Das Rennen war Wahnsinn, sehr viele Unfälle, sehr viel Crash, aber ich habe Glück gehabt, mit mir Kleinigkeit passiert und ich war immer nach vorne, nach vorne, nach vorne und dann sehr guter Resultat, sehr guter Ergebnis. Ich bin sehr zufrieden. Jetzt warte ich an die Neskar 2 Rennen, Samstag und morgen haben wir noch Neskar Pro und Neskar 2, noch zwei Rennen. Wir gucken. Danke. Ciao.